Der Name ist Programm. Wir beleuchten Themen aus den Bereichen Lebensmittelerzeugung, Lebensmittelverarbeitung und Lebensmittelkonsum, die uns alle bewegen. Wir fragen Experten und wir bieten Perspektiven an. Wir liefern Fakten, die helfen, eine Meinung zu haben oder zu bilden. Wir geben keine Meinung vor und bewerten nicht. Wir, das sind Ursula Riegler und Christoph Zezene. Und heute sind wir zu Gast bei Paul Iwitsch, einem Tiroler in Wien, in seinem wunderschönen Restaurant im Ersten Wiener Gemeindebezirk im Tian, einem vegetarischen Restaurant. Diese Folge unseres Podcasts hat eigentlich zwei Themen. Das eine Thema ist die Tierethik und das zweite Thema ist auch schon die Herkunft. Und ich würde dich einmal bitten, dass du dich ein wenig vorstellst, deinen Werdegang und ein wenig deine Philosophie. Also in dem Restaurant, wo wir jetzt sitzen, das ist der Ursprung. Das haben wir eröffnet am 1.12.2011. Also wir haben jetzt dieses Jahr schon zehn Jahre. Der Eigentümer ist der Christian Halper und ich bin wegen dem Restauranttieren nach Wien gekommen und in Wien geblieben. Sagst du uns, aus welchem Ort in Tirol du kommst? Ja, aus dem wunderschönen Ort South House. Das muss ich dir sagen, es hat heute nur einen hohen Wert für mich, auch für meine Arbeit, dass ich dort aufgewachsen bin. Vor allem zu der Zeit damals, wo noch nicht alles verbaut war, sondern wo die Natur noch großzügig vorhanden war. Und das sind immer noch Dinge, die was mir in meiner Arbeit noch sehr stark beeinflussen. Welche Kochstationen hattest du zwischen sozusagen dem Auszug aus South House und dem Eröffnen des Tieres in Wien? Ich habe das große Glück gehabt, dass ich bei sehr vielen guten Lehrmeistern war. So die wichtigsten Stationen war sicher Gasthof Postgen Lech mit Herrn Trauch. Der war ein Koch mit so einem kompromisslosem Qualitätsanspruch. Selten bzw. glaube ich nie wieder jemanden so gefunden, der was das so durchgezogen hat. Hat mir sehr viel beigebracht, welche Qualitätsunterschiede es gibt. Und dann ein wichtiger Teil meinem beruflichen Leben war auch der Martin Sieberer im Trophanen Royale. Menschlich sicher war der allerbesten und schon damals führenden Chef, was man gehabt hat. Noch nie so einen ruhigen, angenehmen Lieder gehabt, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz verstanden habe, weil ruhige Lieder assoziierten mit ihm als schwache Lieder. Obwohl das genau das Gegenteil ist. Ein wahnsinniger Mensch, eine super Kreativität, hat das auch bei mir unterstützt. Hat auch sehr viel gefordert, war sehr schön. Und dann ein weiter wichtiger Step war dann der Seehof mit dem Sepp Schellhorn. Da habe ich zum ersten Mal richtig Führungsaufgaben übernehmen müssen. Also müssen, weil das war nicht freiwillig. Er hat sich da einfach vom Küchenchef getrennt und dann hat gesagt, so, das machst du jetzt. War sehr lehrreich, sehr spannend, sehr intensiv. Wenn man die Zeit mit ein bisschen Abstand sieht, merkt man einfach, was einem auch der Sepp beigebracht hat. Für mich einer der besten Gastgeber, was ich jemals kennengelernt habe. Mit, wirklich mit Herz und Seele dabei. Für den gibt es das nicht, wenn einer Hunger hat, dann kriegt er das Essen. Weil er sagt immer, er kann es ja. Und er ist einfach fantastisch. Ich war in der Zwischenzeit auch dann in Deutschland, schon ein paar auf die Kanaren in der Schweiz. Und dann habe ich nochmal eine Führungsposition in Deutschland übernommen. In einem großen Ressort. Ich habe mich dann mehr in das Management hinein bewegt. Ich wollte immer eine komplette Ausbildung haben. Und war sich am Anfang sehr überfordert. Ich habe das mit intensiver Arbeitszeit kaschiert. Aber war total wichtig. Ich habe da sehr viel mitgenommen. Und dann bin ich nach Wien. Und das war sicher mit Abend die beste Entscheidung. Das Fleisch war aber immer dein Begleiter. Und dieses Lokal ist ein fleischloses Lokal. Wie kam es dazu, dass du hier kein Fleisch anbietest? Das war ein längerer Prozess. Also ich bin mit 30 sehr schwer krank geworden. Ich habe einfach jahrelang Raubbau an meinem eigenen Körper betrieben. Ich habe eine Zeit lang meinen Weg verloren. Das heißt, nicht die Qualität der Lebensmittel stand im Vordergrund, sondern einfach die Profitmaximierung. Da war ich sensationell gut. Ich habe Tonnen an Fleisch und Fisch eingekauft. Ich habe etwas kontaminiert worden mit Antibiotika und Hormonen. Ich habe Gemüse eingekauft und Obst, die etwas behandelt worden sind mit Pestiziden, Herbiziden, Fungiziden. Und das war mit dem, was ich gekocht habe. Mit dem habe ich mich ja quasi selber vergiftet. Nicht nur meinen Körper, sondern auch meinen Geist und die Seele. Weil Essen war für mich immer schon ganz, ganz was Wichtiges. Mir hat es immer schon gestresst, wenn ich nicht gewusst habe, was gibt es mittags oder wer kocht es. Und ich verbinde mit Essen irrsinnig viele Emotionen. Also glückliche, freudvolle, aber auch gleichzeitig mit Wut und Zorn, wenn irgendwas nicht gut war. Und bin da aber erst relativ spät eben draufgekommen, was mir wichtig ist. Und ich habe dann gegen das Anraten meiner Ärzte gehandelt, weil die wollten mit der Pharmazie das machen. Ich habe gesagt, das mache ich nicht. Da will ich jetzt nicht dagegen reden, dass Medikamente schlecht sind, überhaupt nicht. Aber ich wollte einen anderen Weg gehen, weil wenn ich mich hinein manövriere, muss ich mich auch wieder hinaus manövrieren. Ich habe eben eine Herzkranz-Gefäserkrankung gehabt. Plus war ich psychisch total angeknackst. Also richtig an einem Tiefpunkt. Ich habe gute Menschen getroffen in meinem Leben und habe eigentlich auch das umgesetzt, was ich immer gelesen habe, was ich studiert habe. Also studiert, indem ich viel gelesen habe, Naturheilkunde etc. Ich habe mich für ein ganzes Jahr einfach mit pflanzlicher Kost ernährt, also mit wirklich hoher Qualität. Ich habe da ziemlich schnell eine Verbesserung mit meinem körperlichen Befinden gefunden. Man muss dazu sagen, die Ärzte haben ja prognostiziert, dass ich spätestens nach drei Monaten auf ihrem OP-Tisch liege. Wegen des Verzichts auf Fleisch, oder? Nein, wegen des Verzichts auf Medikamente. Okay. Weil sie waren der Überzeugung, dass eine Ernährungsumstellung nichts bringen wird. Und ich finde es immer großartig, wenn mir irgendjemand was sagt, der was vielleicht in seiner ganzen Ausbildung zwei bis vier Stunden Ernährungslehre gehabt hat. Aber jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Und ich wollte diese Erfahrung machen. Ich habe jetzt letztes Jahr nochmal alles durchcheckt. Und meine Arterien sind pipi-fein, wenn man es da in Wien sagt. Und in dem Fall war es die richtige Entscheidung. Und ich habe einfach für ein komplettes Jahr Fleisch verbannt. Aber mir hat immer noch etwas gefehlt. Also ich habe immer noch keine Freude am Leben gehabt. Und ich weiß immer, man muss etwas tun. Man muss selber etwas tun, wenn man am Boden ist. Man kann nicht darauf hoffen, dass das jemand anderer macht. Sollte man nicht, weil dann geht gar nichts weiter. Und das Schlüsselerlebnis war an einem Bauernmarkt. Weil ich habe Hunger gehabt. Wollte mir aber jetzt nichts aufwendiges kochen. Bin halt hin zu dem Bauernmarkt. Ich habe den Eierstand anvisiert. Geh hin. Und die Verkäuferin, also die Bäuerin, hat mir mit einer Euferin erzählt, ihren Händlern geht es am besten. Die haben so viel Freilauf und die kriegen nur das beste Futter, weil sie sie so liebt. Und ich denke mir einmal, bitte, hör jetzt auf. Ich möchte einfach ein paar Eier. Und aufgrund meiner Reaktion wollte sie mir das gar nicht geben. Weil sie gesagt hat, sie verkauft ihre Eier nur an Menschen, die eine Wertschätzung gegenüber Lebensmitteln haben. Ein bisschen diskutiert mit ihr. Dann hat sie es doch mitgegeben. Gott sei Dank. Weil in dem Moment, wo ich mir die Rühreuer gemacht habe und die Rühreuer probiert habe, war ich wirklich wieder fünf Jahre alt. Im Garten von meinem Opa in Kroatien. Und bin den Händlern nachgerannt. Und das war eine Emotion pur. Die hat mich wieder zurückgeholt. Und in dem Moment habe ich gewusst, was wir ratieren muss. Es ist total egal, ob man mit Fisch, Fleisch oder Gemüse kocht. Es geht um die Qualität der Lebensmittel. Weil wenn man Essen ganzheitlich sieht, kann man sehr viel, sehr leicht verändern. Unsere Essgewohnheiten haben einen sehr starken Einfluss auf unsere Ökonomie, auf unsere Ökologie, auf unser Sozialverhalten und auf unsere Gesundheit. Und in dem Moment ist mir einfach bewusst geworden, welche Verantwortung ich als Koch eigentlich habe. Und die wollte ich wieder übernehmen. Und mit diesem Bewusstsein habe ich dann auch ein Interview gelesen vom Christian Halper. Ich habe da wesentlich mehr gelesen, als was da drinnen war. Da habe ich mir gedacht, sensationell. Vegetarisch passt. Wollte eh immer. Bin da schon ein bisschen Grundneil herangegangen, weil Vegetarisch war für mich auch mit Fisch. Und ich liebe es, mit Fisch zu kochen. Bin hin, haben mir zuerst das Restaurant angeschaut, weil ich wollte ausschließen, dass ich nochmal für Menschen arbeite, die etwas sagen, sie wollen die beste Qualität. Aber dann geht es nur um Profitmaximierung. Ich war in einem Restaurant, habe gewusst, das ist meins. Entsprechend hatte ich auch das Auftreten gehabt. Ich glaube, ich war noch nie so selbstbewusst wie da. Mit dem Christian eineinhalb Stunden ein wunderbares Gespräch gehabt über Gott und die Welt. Was Essen ausmacht. Was wir machen wollen. Und um Qualität geht es aber auch mehr, welche Einstellung haben wir zu Mitarbeitern. Wir haben kein Personal, wir haben Mitarbeiter. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist das auch, finde ich, nach wie vor eine sensationelle Partnerschaft mit dem Christian. Und er hat natürlich auch uns da einen großen Freiraum gegeben, weil wir haben ja nicht gewusst, auf was wir uns da einlassen. 2011 war vegetarisch, vegan, Öko, Getreide und so ein paar Pseudo-Hippies. Verzicht auf irgendwas, oder? Ja. Aber woher kam beim Herrn Halper, das klingt ja sehr visionär für die Zeit damals, woher kam bei ihm die Idee, so ein Lokal aufzuspüren? Er hat gemerkt, dass er sich mit dem ganzen Fleischkonsum schlecht fühlt. Und er war weltweit unterwegs durch seinen Beruf. Und hat es vermisst, gut vegetarisch zu essen. Dann hat er sich auch gedacht, okay, er macht das selber. Und ich bin natürlich total froh, dass er das gemacht hat. Und hat bei mir auch die Freiheit lassen, dass wir uns so entwickeln können wie jetzt. Und wenn wir zurückdenken, die vegetarische oder vegane Küche war total verstaubt. Die hat einen schlechten Ruf gehabt. Und mein Ziel war alles einfach, noch zu verändern, zu zeigen, was wir mit der Biodiversität, was wir in der Natur haben, wirklich machen können. Das hat nichts mit Verzicht zu tun, sondern es hat nichts mit Entdecken zu tun. Und das Schönste am Genuss ist eben das Entdecken neuer Geschmäcker. Und das ist einfach meine Verantwortung, dass ich das dann auch richtig auf den Teller bringe. Und jeder Teller ist auch für mich ein politisches Statement. Ich weiß, wo das Essen herkommt. Ich weiß, wie das angebaut worden ist zum Großteil. Und übernehme die Verantwortung dafür. Ich habe mittlerweile ein ausgezeichnetes Team. Wir waren die meisten schon seit sechs bis zehn Jahren da. Also da haben wir uns stark entwickelt. Und wir haben noch sehr viele Aufgaben. Wir sind noch mittendrin in unserer Entwicklung. Aber es geht definitiv in die richtige Richtung. Jetzt wird das Tier 10 Jahre alt. Wie viele Jahre nach dem Aufsperren, oder vielleicht musst du es immer noch, musstet ihr erklären, dass es hier kein Fleisch gibt? Oder was das Tier ist? Das müssen wir nach wie vor. Und vor allem bei Männern, die was mit teilweise Todesängste sich in unser Restaurant verlaufen. Aber nach dem dritten Gang werden sie entspannt. Und ich meine, das Schönste ist immer, wenn sie dann aufstehen und nach dem Essen. Du merkst ein Lachen in ihrem Gesicht, dass sie sich über sich selber lachen, weil sie sich der Faser gefürchtet haben. Und sie haben einfach nicht gewusst, dass eine vegetarische oder vegane Küche so kreativ sein kann, so schmackvoll sein kann. Und vor allem, dass sie sättigt. Also wenn man bei uns voll werden will, dann ist man falsch. Aber wenn man gesättigt werden will, dann kriegt man das alles. Und die Menschen müssen wieder begreifen, es geht nicht um ein voller Gefühl, es geht um gesättigt zu sein. Und dann ist es ein pures Erlebnis bei uns. Und das macht auch Spaß. Hast du eigentlich technisch als Koch viel neu lernen müssen? Ich meine, du hast gesagt, bis ungefähr 30, 32 hast du traditionell gekocht mit Fleisch, Fisch. Und dann kommst du in ein vegetarisches, veganes, veganes, vegetarisches, musst du auch noch ganz genau erklären. Ist das ein vegetarisches Restaurant oder ein veganes Restaurant? Wir machen da nicht so viel Aufhebens. Wir kochen sensationell vegan, wir kochen auch sensationell vegetarisch. Aber mir geht es nicht darum, um irgendwas zu betiteln. Ich mag es einfach nicht, wenn in Schubladen gesteckt wird. Wir kochen außergewöhnliches Essen für außergewöhnliche Gäste. Und wir wollen, dass wir das gemeinsam genießen. Und da geht es nicht darum, ob das vegan ist oder vegetarisch. Es geht um eine Philosophie, um unsere Werte, was wir vermitteln wollen. Und das kann ja auch sehr viel Freude machen. Vor allem, wenn man viel arbeitet und hart arbeitet, muss man ja irgendwas ausüben, was einem auch nicht nur eine Leidenschaft bringt, sondern wo man einen Sinn dahinter hat. Und um auf die Frage zurückzukommen. Das Wichtigste war, dass ich einfach ein super Grundfundament gehabt habe. Weil ich einfach schon seit meiner Lehrzeit bei guten Chefs gearbeitet habe, wo ich das Handwerk gelernt habe. Ich war in Metzgereien, habe Fleisch zerlegen dürfen. Ich habe bei meinem Opa mitgekriegt, wie wir Tiere schlachtet. Wir waren bei Bauern. Also wirklich, das war es mir als Koch, wünsche. Die Erfahrung, was du hast, nichts, irgendwas aus dem Backdel nehmen und verarbeiten, sondern wirklich das ganze Grundgerüst. Und es ist total wichtig, wenn man was macht, dass man einfach das Bewusstsein hat, es geht um Qualität. Klar war es die ersten drei Jahre total schwierig, weil es ist wie eine neue Sprache zu lernen. Da tut man sich einfach total hart. Aber man muss dranbleiben. Und auch die ersten drei Jahre. Wir haben von vielen Gastro-Kritikern sehr viel einstecken müssen. Aber das ist halt die österreichische Mentalität. Anstatt dass man so konkret versucht, jemand was Neues, geben wir mal Zeit, werden wir zuerst einmal draufgehauen. Ich bin froh, dass ich da ein Tiroler Blut habe mit dem kroatischen Blut, weil dann hast du vielleicht ein bisschen mehr oder ein dickeres Fell, nehmen wir es einmal so. Aber es war schon schwierig. Also das war jetzt ein gelegtes Ei, wo du sagst, funktioniert super. Aber das war auch total wichtig. Es war schwierig, dass wir Produzenten finden, die was nach unseren Wertvorstellungen arbeiten. Aber es war auch schwierig, Produzenten zu finden, die was uns auch was beibringen. Weil es ist irrsinnig wichtig und interessant, wie ein Bauer denkt. Weil wir sagen, erst mit den Tieren ist mir wieder bewusst geworden, dass wir nicht vier Saisonen haben, sondern wir haben zwölf Saisonen. Mir ist wieder bewusst geworden, wie wichtig das Wetter ist, welchen Einfluss es ausübt. Also bin ich viel näher wieder an der Natur ran, wie es damals war. Alles, was ich verloren habe, habe ich jetzt wieder entdeckt. Und das ist einfach das Schöne, weil, wie gesagt, ich bin in der Faust aufgewachsen und als Kind war ich ausgerüstet mit meinem Cousin Taschenmesser und dann haben wir quasi die Äcker geplündert. Du hast den puren, natürlichen Geschmack und der ist die letzten Jahre einfach verloren gegangen. Es ist sehr paradox, wir haben aktuell, ist alles verfügbar zu jeder Zeit, aber wir haben an Biodiversität eingebüßt. Also wir verzichten momentan auf eine große Vielfalt nur, damit wir zu jeder Zeit alles haben müssen. Für das wird es überproduziert und Überproduktion macht uns auf lange Sicht arm und krank. Zumindest 90 Prozent, der Bauern verdienen damit und wir zerstören auch gleichzeitig unsere Umwelt. Für das, dass manche dann im tiefsten Winter irgendwo im tiefsten Skigebiet Erdbeeren haben können. Ich würde immer auf den Geschmack der Wintererdbeeren verzichten, weil ein Erdbeer schmeckt einfach dann am besten, wenn sie nicht lang gelagert ist, wenn sie frisch ist und wenn sie sonnengereift ist. Und viele werden jetzt aromatisiert, aber man muss einfach wissen, dass ein Erdbeer nach einem Tag 20 bis 30 Prozent an Geschmack reinbüßt. Und deswegen ist ja unser Weg, dass man so viel wie möglich ist lokal einkaufen, aber trotzdem global denken. Weil das ist auch total wichtig für mich, wenn ich Koch bin, dass ich nicht engstürnig wäre, sondern die Kulinarik hat immer davon gelebt, vom Austausch unterschiedlicher Kulturen. Und das muss man einladen, das darf man nicht ausschließen. Du warst einer der Ersten im ersten Lockdown voriges Jahr, der auf seine Gemüselieferantin hingewiesen hat und gesagt hat, die Restaurants sind zu, die produziert super Gemüse in sehr guter Qualität im Burgenland, glaube ich, und sie hat begonnen, dann Gemüsekisteln an Privatpersonen zu verkaufen. Weißt du, beziehungsweise wie geht es ihr, jetzt bleibt das bestehen, also das Interesse des während dem Lockdown für, wo kommen Lebensmittel her, wo kann ich sie lokal kaufen, was mache ich mit Gemüse, das ich vorher vielleicht gar nicht kannte, ich habe oft gehört, Grünkohl, was mache ich mit Grünkohl, wie geht es ihr jetzt damit, ist das bestehen geblieben, also verkauft ihr weiterhin an Privatpersonen oder ist das Interesse wieder weg mit dem Lockdown Ende? Das Interesse ist Gott sei Dank geblieben und sie macht das auch weiterhin, es gibt noch einen weiteren Bauern von uns, der was die Gemüsekisten liefert, finde ich super, weil so am Haushalte auch die Möglichkeit zu Topprodukten zu kommen und vor allem Geschmack zu erleben. Und ich weiß, dass viele immer ängstlich seien am Anfang, aber wenn man neugierig ist und ein bisschen ausprobiert, also Mut zum Ausprobieren, entstehen die herrlichsten Gerichte. Ich wäre so ein Fall und du hast vorher gesagt, die zitternden Ehemänner werden von ihren Frauen hergebracht und dann sind sie positiv überrascht, ich esse auch sehr gern Fleisch, ich esse auch sehr gern Fisch, ich glaube, man muss sehr viel lernen, also der Konsument muss auch viel lernen. Stimme dazu, aber der Konsument wird permanent getäuscht, er wird zugemüllt mit Werbelügen, die was erlaubt sind, also wir werden getäuscht, wir befinden uns in einem Nebel und ich liebe ja den Spruch, der Konsument entscheidet, der Konsument weiß es nicht. Der Konsument, wenn es eine Doku gibt, gibt sie um 22 oder 23 Uhr, wo es keiner anschaut. Wenn der Konsument mal das ganze System kennt und wir haben einen Systemfehler, wir haben nicht nur einen Fehler bei der Massentierhaltung, wir haben auch einen Fehler mit der ganzen Agrarpolitik, da werden wir jetzt wieder ein paar Steinigen, aber wenn man mal schaut, was in Analusien aufführt wird, mit dem ganzen Tomatenanbau oder wo es Avocado-Felder gibt, wo sie nicht sein sollten, weil da einfach gar kein Wasser besteht und die brauchen sehr viel, dann müssen wir uns einmal über das ganze System fragen. Und wir machen nur Überproduktion, weil sie uns weismachen wollen, wir müssen ja die ganze Welt ernähren. Wenn wir denken, was hat die Lebensmittelindustrie die letzten Jahrzehnte bewirkt? Wir fischen unsere Meere leer, wir zerstören unsere Böden mit Herbiziden, Pestiziden, mit Monokulturen und wir halten Tiere in den grauslichsten Umständen und versklaven auch die Leute, die was da arbeiten. Und sie behaupten, dass sie die Weltbevölkerung ernähren müssen. ich denke mal, es gibt über 60 Millionen Menschen, die was hungern, richtig hungern. Es ist paradox und zeitgleich, müssen wir uns einmal festhalten, nur ein Drittel der produzierten Lebensmittel konsumieren wir. Über ein Drittel geht in die Massentierhaltung. und das Letzte, was übrig bleibt, wird einfach hirnlos weggeschmissen. Und alles nur darum, dass man billig produziert, was sehr umweltschädlich ist und auf Dauer jeden Arm macht. Ich weiß, dass viele gewisse Lebensmittel sich nicht leisten können. Das ist auch schon mal ein Systemfehler, weil ich finde, auf vergifteten Lebensmittel müssen die Steuern erhöht werden. An Übereinsatz, an Pestiziden oder sonst schon irgendwas, brauchen wir wesentlich mehr Energie, um das Wasser zu reinigen. Durch den ganzen Einsatz von den ganzen Dünger entsteht Nitrit, wo das Grundwasser vergiftet wird. Das ist außer der Balance. Das heißt, wenn wir heute Wasser trinken, weil wir eigentlich etwas Gutes tun wollen, können sein, dass ein paar Gifte drin sein. Und auf den Punkt, wo ich zurückkommen will, solche Lebensmittel, die uns krank machen, sind wesentlich günstiger als Lebensmittel, die gut produziert worden sind, auf lange Sicht umweltfreundlicher produziert worden sind. Vor allem die Permakultur. Die Permakultur ist wirklich sehr viel Arbeit für den Bauern. Aber durch die Permakultur ist der Boden richtig gesund. Und wir müssen uns klar sein, alle Inhaltsstoffe, die im Boden sind, nehmen wir auf. Je gesünder der Boden ist, umso gesünder ist das Essen. Deswegen müssen Bio oder Tee Meter wesentlich preiswerter angeboten werden, wie konventionelle Lebensmittel. Und ich will jetzt auch nicht alle konventionellen Lebensmittel verteufeln. da gibt es auch wieder nicht schwarz und weiß, es gibt auch gute. Aber wir müssen einfach mal darüber nachdenken. Und ich habe erst gestern mit Hubert von Geisern geredet, was Kunst bewirkt. Es gibt so ein berühmtes Bild vom Hellenwein, wo das Kind in der Suppe reinliegt. Da hat es Ö1 Radio darüber gegeben, wo ein ehemaliger Nazi-Arzt gesprochen hat, sie sind eh gut umgegangen mit den Kindern, weil sie haben sie sanft getötet, indem sie Gift in ihr Essen gemacht haben. Der Hellenwein war ja schockiert, dass da kein Aufschrei war. Dann hat er dieses Bild gemalt und dann war es ein Skandal. Und der Skandal zieht sich bis heute durch, weil jeder Sechsjährige oder Sechsjährige kann in Supermarkt gehen und ihren eigenen Gift Cocktail zusammen mischen. Sei es an der Gemüsetheke, Obstheke, Fleischtheke, Fischtheke, da kann ich alles aufschreiben. Und uns ist egal. Ich finde, wir als Erwachsene müssen eine Verantwortung übernehmen. Ob das dann ein 16-Jähriger, 18-Jähriger, die sind dann selber für sich verantwortlich. Aber für Kinder haben wir die Verantwortung. Und das berührt mich total emotional. Und ich habe das Bild oft vor Augen. Weil ich denke, das ist kein Zustand, wo man zuschauen darf. Und letztes Jahr haben wir die größte Pandemie gehabt, erlebt haben. Und wo haben sie nichts gemacht? Bei unseren Kindern. Das wäre doch der beste Punkt gewesen, wo ein Bundeskanzler hergeht und sagt, wir Erwachsene übernehmen die Verantwortung für unsere Kinder. Wir subventionieren das Schulessen unter der Bedingung nur Biokost, 80% pflanzlich, 20% tierisch und es wird frisch gekocht, weil uns die Kinder es wert sind. Und zugleich bilden wir sie auch aus mit der Ernährungslehre, weil Essen tun wir jeden Tag, aber in der Schule haben wir noch jeden Tag Mathe und Deutsch. Unsere Grundbedürfnisse werden nicht gelehrt. Und das überlassen wir den Lebensmittel Konzern. Da gibt es Bonbons mit Vitamin C, weil eine gute Mutter gibt den Kindern Vitamin C, auch dem Papa, weil wir wissen ja alle Vitamin C ist gesund. Aber mit so viel Zucker ist es einfach lächerlich und deswegen ein Konsument wird immer getäuscht, weil selbst ich als Koch muss ein Chemiker sein und teilweise das zu verstehen was drinnen ist. Zucker ist auch so ein Thema. Da gibt es viele Zucker Stoffe die anders betitelt werden die für einen Körper wesentlich schädlicher sind wie der Zucker und da müssen wir mal anfangen aber das ist natürlich eine Maschinerie ein System dahinter was nicht so schnell verändert werden kann weil wir reden von Milliarden an Geld Das ist eine legitime politische Forderung das geht auch in Richtung Kennzeichnung der Produkte woher kommen die Produkte was esse ich eigentlich woher kommt mein Schnitzel wenn wir mal nicht im veganen Bereich sind selbstverständlich und aber gerade unsere Regierung jetzt nicht die grünen eingefärbten blockieren das ja weil wir haben ja dann einen Wettbewerbs Nachteil ich finde gerade in Österreich haben wir so irrsinnig gute Produzenten dass es einen Wettbewerbs Vorteil würde wenn es einfach eine Kennzeichnungspflicht gibt und ich meine jetzt nicht irgendeine Kennzeichnungspflicht wie Tirol Regional und sie kaufen dann bei Metzgereien wo ich weiß der Großteil des Fleisches kommt irgendwo aus Deutschland aus Holland her und wir verkaufen den dann als den regionalen Specker oder sonst irgendwas sondern dass dann wirklich wenn es regional ist dann muss es da produziert sein das muss da gewachsen sein und auch hier verarbeitet worden sein weil wenn man mal sich die ganzen Transportwege anschaut das ist ja das macht mich narrisch ich habe erst auch mit Hamburg geredet da gibt es die Königsberger Krabben die werden in der Notzeit gefischt und es ist wesentlich günstiger nach Afrika zu transportieren zu schälen und dann wieder rauf zu tun schon verrückt oder das ist brutal verrückt und da muss man einfach ein bisschen dahinter steigen deswegen finde ich ist es total wichtig dass wir das Essen ganz ganzheitlich betrachten da geht es aber um die Zertifizierungen auch irgendwie oder naja Zertifizierungen sind ja lieber nett und auch es gibt einen chinesischen Spruch willst du deinen Gegner verwirren fütter ihn mit sehr vielen Informationen aber ist es nicht besser trotzdem irgendeine Zertifizierung zu haben als gar keine es wäre einfach besser wenn man darauf vertrauen könnte dass wir bedenkenlos einkaufen können klar einige Zertifizierungen sind sehr gut und wenn wir jetzt die Schokolade hernehmen konventionelle Schokolade wird die Tonne für 800 Dollar bis 1000 Dollar eingekauft dann gibt es Fairtrade kauft die Tonne Kakaobohnen zwischen 1200 und 1800 Dollar ein besser Jahresverträge das heißt der Bauer muss zittern was ist nach einem Jahr wieder wir haben wir arbeiten jetzt mit Original Beans zusammen die machen Verträge für fünf Jahre und garantieren den Kakaobauern 5 bis 5500 pro Tonne das ist dann sozial gerecht und für die Gesundheit und für das Ökosystem sehr gut weil Kakao ist eine Wildpflanze deswegen müssen die auch unterschiedliche Bäume anbauen dass es nicht reine Plantagen werden und so kann man das strukturell verändern und da kommen wir zu einer anderen Werbelüge jeder kennt ja Bitter Schokolade 100% oder 90% Schokolade ist nicht bitter bitter wird es erst dann wenn sie heiß geröstet wird also die Kakaobohne und warum muss man eine Bohne total heiß rösten ist weil in den Lagerhallen so viel Schimmel drauf ist dass man die einfach verbrennen muss dass der abgetötet wird und wir vermarkten das dann schön also die Werbebranche Bitter Schokolade und so funktioniert das aber wir müssen nicht einmal so weit schauen weil unsere Obstbauer und da war ich sehr schockiert die wissen erst teilweise ein Jahr später was sie für ihre Ernte verdienen das ist kein gesunder Kreislauf wir müssen einen Kreislauf schaffen wo jeder für seine Arbeit entsprechend bezahlt wird damit wir uns erleichtern können weil gerade die Bauern haben in meinen Augen die größte Verantwortung überhaupt sie arbeiten mit der Natur und wenn die Natur gesund ist geht es uns auch automatisch besser ich habe letztens einen Satz auch gelesen es ist interessant dass gerade jetzt ein Virus unterwegs ist der was unsere Lunge angreift und wir zerstören zeitgleich die Lunge der Erde in Amazon also in Amazon also und wollte ich schon Werbung machen für Amazon und da müssen wir einfach mal ein bisschen darüber nachdenken das ist nicht schwierig also das klingt vielleicht alles ein bisschen negativ aber es gibt ja viele Menschen die was irrsinnig schon viel bewegen viel tun und das macht auch Spaß sowas zu entdecken ich würde gerne nochmal zurück zur Informiertheit des Konsumenten weil das jetzt ein paar Mal Thema war wir haben mit einem Kochkollegen von dir gesprochen dem Max Stiegl der in seinem Lokal steht für Fleischküche Innereien Nose to Tail und der hat in unserem Gespräch und dann später auch noch in Interviews recht problemisch wahrscheinlich gesagt er will keine Veganer in seinem Lokal weil er erwartet sich schon auch dass wenn man bei ihm reserviert man sich vorher informiert in was für Lokal man geht und er steht heute mal für die Innereien Küche und ich habe von dir einen zum ähnlichen Thema einen Kommentar im Rolling Pin gelesen weil bei dir wahrscheinlich genauso Gäste kommen und sagen gibt es kein Schnitzel wie kriegt man das hin dass sich ein Konsument dass sich ein Gast wenn er reserviert wenn er konsumiert wenn er für zu Hause einkocht mehr überlegt mehr Gedanken macht eine Achtsamkeit auch entwickelt fürs Essen und für die Lebensmittel ich finde ich finde es gibt ja nichts schöneres als wenn es unterschiedliche Lokalitäten gibt mit unterschiedlichen Angeboten weil so entsteht auch Biodiversität und wenn überall alles gleich serviert wird wird es für uns als Gast eher uninteressant jeder muss schauen für was er steht und was er machen will das mag ich gar nicht beurteilen ich finde es sehr gut was eben der Max und viele anderen Köche machen dass sie wirklich von Nose to Tail verarbeiten und dem getöteten Tier in dem Fall entsprechende Wertschätzung geben und es war total interessant beim Heinz beim Reitbauer wo er uns erklärt hat da waren einige Journalisten dabei und so wo fängt die Qualität beim Tier an jeder ja die Fettmaßung muss passen Try Age muss sein und er sagt nein es muss gesund sein und das muss einfach jedem mal begreiflich sein ein krankes Tier kann dir nichts Gutes tun aber das gilt für jedes Lebensmittel und wenn du eine Wertschätzung hast entwickelst du eine gleichzeitige Achtsamkeit so wie es früher war früher war das selbstverständlich dass man alles verarbeitet hat sei es beim Gemüse sei es beim Obst sei es beim Tier und da müssen wir wieder zurückkommen der Urs Nigli hat in seinem Buch geschrieben wir müssen nicht verzichten wir müssen uns wieder mäßigen und ich finde mäßigen schafft jeder von uns und wir müssen nicht jetzt da also in meiner Welt in meinem Verständnis bewirken wir wesentlich mehr wenn Millionen von uns 20 bis 30% was Gutes machen als Hunderte die was 100% machen und das Gute ist ja wenn man mal anfängt wird man so leicht süchtig also dann macht man Schritt für Schritt geht man einen anderen Weg und ich finde man kann sich auch ab und zu mal erlauben irgendwas einzukaufen wo du weißt ist jetzt vielleicht nicht ganz alles so reibungslos also ich kaufe auch noch meine Packung Chips aber nicht mehr sieben alle Woche sondern einmal im Monat und so mäßig mich tut mich auch noch besser aber und ich habe auch eine größere Gaudi wenn ich wenn ich den konsumiere ich finde das war ein super Schlussstatement von dir eines sehr komplexen Gesprächs für mich zumindest ich muss es drüber nachdenken und ich hätte noch tausend Fragen vielleicht kommen wir wieder einmal auf dich zurück und du wirst uns weitere Fragen beantworten das Gespräch hat sich für mich eigentlich dann ein bisschen anders entwickelt als ich ursprünglich gedacht habe ich wäre nämlich einer dieser Ehemänner irgendwie gewesen und dann hätten wir erklärt was vegetarisch ist und was weiß ich und ich finde auch dass das Gespräch die ganze Bandbreite der Problematik sehr schön abgedeckt hat vielen lieben Dank dass du Zeit gehabt hast für uns Ursula danke für deine Zeit danke dass du auch und ich höre und ich hoffe dass du auch wenn du auch das dass du auch das und ich und ich würde